hey leute und willkommen zu einem ganz kleinen infovideo was ich wirklich nur ganz kurz halten werde es geht um das clan update und ja ich will euch kurz informieren das ist jetzt für alle spieler rausgekommen also auch für non premiums und ich habe unseren clan erstellt das ist der klaren und ja ich mache einfach jetzt hier ein ganz kurzes infovideo dazu wie ihr unserem clan beitreten könnt also generell ist es so zuallererst müsst ihr diesen befehl eingeben toggle klar nee quatsch das ist falsch leute clan toggle so dann steht da entweder du kannst nun wieder in clans eingeladen werden oder du kannst jetzt nicht mehr in clans eingeladen werden logischerweise ist da wichtig dass das obere also du kannst nun wieder in clans eingeladen werden da steht das ist die erste grundvoraussetzung die ihr schaffen müsst danach geht es weiter es ist wichtig dass es genauso macht wie ich es sage weil wir ein bisschen nur einen moderator den marko da ich ja jetzt im urlaub bin ich fliege morgen nämlich und der wird sich darum kümmern dass hier alle rein kommen seid dem dankbar leute damit er so wenig arbeit wie möglich hat macht es genauso wie ich sage und wie es auch in der beschreibung steht also wichtig ist ihr schreibt als allererstes in die in die kommentarzeile mein name doppelpunkt dann schreibt sie daneben mit einer leertest natürlich euren richtigen namen dann drückt ihr einmal auf enter aber nur den vornamen ist wichtig dann kommt darunter in game name doppelpunkt und da schreibt ihr euren ingame namen wichtig ist dass ihr bei dem kommentar komplett auf rechtschreibung achtet auf groß und klein schreibung und auf rechtschreibung und damit der marko keine unnötigen aufgaben hier mit kommentaren und so hat sondern einfach stumpf jeden einladen kann das ist wichtig leute bitte achtet darauf dann geht das alles viel schneller für marko und auch für euch so wenn ihr das gemacht habt dann könnt ihr eigentlich unserem plan beitreten wie gesagt ich erkläre es noch einmal kurz tobi florio und ich sind jetzt die leiter ich weiß nicht ob man die leiter machen können oder moderatoren auf jeden fall bin ich der gründer marko ist der erste moderator da ich jetzt im urlaub bin wird es erstmal keine moderatoren bewerbungsphasen oder so geben sondern einfach ihr seid jetzt erstmal member bis ich wieder zurückkomme dann gibt es moderatorenphasen und ja marko wird keine rechte vergeben außer an tobi und florio wenn die in den clan kommen weil die sind im moment noch nicht da und die anfragen sind von denen noch aus marko wird keine rechte vergeben ihr braucht gar nicht erst anfangen zu schnoren ich habe es ihm gesagt der wird keine vergeben und wenn jemand von euch irgendwie meinen scheiße zu machen habe ich um marko die erlaubnis gegeben ihn zu kicken wichtig ist um marko stellt auch kein ein der das vor formular sage ich jetzt mal also diese kommentare wie ich sie gerade erklärt weg wer den kommentar nicht so ausfüllt wie ich gerade erklärt habe den schädter marko auch jetzt gar nicht ein da werde ich hinter noch mal mit dem reden und dann können wir darüber reden ob du auch in den klaren kannst also macht einfach so wie ich es gesagt habe das macht es für marko ich will marko jetzt hier nicht zu einem angestellten von mir machen deswegen macht es einfach so wie ich es gesagt habe dann können wir auch alle spaß haben ja gibt sonst noch was zu sagen ich glaube nicht also ach so was noch ganz cool ist es gibt ja einfach so ein klar hat also so klaren chat wo man einfach mit dem ganzen klaren schreiben kann wie ihr seht und das ist ganz cool das werde ich dann auch mal machen vielleicht dann falls wir nicht befreundet sind können wir trotzdem miteinander schreiben also ja leute kommt einfach in unseren klaren rein ich hoffe das gefällt euch dass wir sowas hier machen und wenn ihr das doch einen daumen hoch da macht es genau wie ich es gesagt habe es gibt kein formular vorwebs oder so füllt einfach das kommt ein kommentar hier aus genauso wie ich es gesagt habe und da würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video leute ich hoffe es hat euch gefällt euch was wir machen haut rein und ciao